Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Icewind Dale. Ja, in der letzten Offenade-Session haben wir uns auf die Expedition begeben, die hinter uns leider zusammengekracht ist. Ja, der nördliche Pass wurde durch eine der Wiener vollkommen verschüttet. Der Weg zurück nach Osthafen liegt nur unter einer dicken Schneemasse begraben. Einverstanden! Das heißt, wir haben nur den Weg nach vorne und nach vorne erwarten uns Goblins, die wahrscheinlich die Reste plündern wollen, die wir hinterlassen haben. So, da oben war auf jeden Fall auch noch ein Goblin. So, die Goblins, die plündern wir auch fleißig. Bis auf die Pfeile, natürlich. Ist das eine? Nimmt alles mit? Ja, das ist eine, dem alles mit hast. So, der Goblin kam von hinter dieser Einzäunung hier. Okay. Das heißt, da oben haben sich Goblins verbarrikadiert. Euer Leben ist verwirkt! Mögen die Götter mich schützen! Sogar mit einem Marschall. Also ein etwas stärker Koffen kompensorte, die sollten wir ja... Ich wasch mir meinen Wart in deinem Flutsstern! Spür meine stählerne Klinge! Etwas schneller mitkauen. Okay. Ich bin hier. Also, in Ordnung. Gut, so stark war der Marschall dann doch nicht. Oh, Tag, der ist schon wieder voll. Wie kann ich helfen? Gewiss! Ja, hier... War mal ein Bauernhof oder sowas in der Richtung. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Dein Befehl? Worum handelt es sich? Was ist los? Ihr beiden schießt lieber auf den da hinten. Ja, weiter! Okay, noch mehr Goblins. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Oh, verdammt viele Goblins. Mögen die Götter euch gnädig sein! Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Die Dämpel, du den da hinten mal wegschießt. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Wenn es sein muss. Sag, in Ordnung! Okay, das hier wird die Mühle sein. Das Mühlhaut ist in einem vereisten Bach festgefroren. Obwohl es offenbar früher nicht benutzt wurde, schnell ist es keine Möglichkeit zu geben, es an seinem gegenwärtigen Ort zu betreiben. Ja. Ist hier wohl alles zugefroren. Und hier wäre ja der Weg, den wir eigentlich gehen wollten. Also, wir mal gucken, wir sind schon... Ähm... Jetzt ziemlich weit gelaufen. Und hier wäre wohl der Weg nach Kuldahar. Ja, Reisestunden 8. Können wir jetzt auch auf der Weltkarte das sehen? Ja, Reisestunden 8. Brauchst du mich? In Ordnung. Wir sacken aber noch ein bisschen Goblin-Zeug ein. Alles, was wir einsacken, gibt uns ein bisschen Geld. Kann wir die Streitexte nicht viel bringen. Nur ein Gold. Wie kann ich helfen? Ja, der Caravan-Vertrag. Ähm... Den können wir auch im Schrifträumen behältterweise verstauen. Dein Befehl? Gewiss. Ja, weiter. So, dann können wir unseren Renuier noch vollladen. Die Bögen sind vor allem Dinge, was wirt. So. Dann können wir gucken, was in der Kiste ist. Heidrack, nicht schlecht. Für unsere Priesterin. Äh, unsere Klerikerin natürlich. Ja, beide noch genug Munition. Sag was gewiss! So, dann gucken wir mal, was wir hier drüben haben. Auf jeden Fall ein Goblin-Marschall, der nicht kampflustig ist. Wie kann ich helfen? Einverstanden! Hm. Noch ein Heidrack. Für sie. Und ja, mit den Heidracken im ersten Teil ist das so eine Sache, nämlich wie im Baldur's geht, dass es nur zwei Sorten gibt. Einmal den normalen Heidrack, der jetzt noch einigermaßen was bringt mit neuen Trefferpunkten. Aber später dann nur noch, äh, die Rettung vor dem Tod ist, sag ich mal. Oder den konzentrierten Heidrack, der ein bisschen mehr heilt. So, ein Goblin-Marschall, der mit uns reden will. Was tue ich hier? Oh, ihr könnt die Gemeinsprache. Nun ist sie zuhause, als würdet ihr diese Mühle plündern. Was meint ihr? Tut mir leid, aber ich kann gar nicht mit ihnen reden. Lebt wohl. Oh, ihr könnt die Gemeinsprache? Natürlich, nicht alle Goblins sind Idioten, nur die meisten von uns rar. Was ist das für ein Brummen in meinem Kopf? Das ist euer Gewissen, dass ich sage, dass das Angreifen von Dörfern des Profits wegen moralisches Gift ist. Also ich muss gehen. Gute Besserung für eure Kopfschmerzen. Lebt wohl. Was habt ihr? Ich weiß nicht, irgendwas ist in meinem Kopf. Es wüstert mir zu. Meine Gangen können es nicht verstehen, aber irgendetwas ist in mir. Irgendetwas in mir schon. Und ich muss ihm antworten. Wir haben am Kulta-H-Pass einen Goblin-Marschall getroffen, der von Schmerz und fast verrückt wurde. Er sagte, sein Kopf tete ihm weh. Jemand würde ihm etwas zuflüstern. Er wusste sich keinen Reim auf das Ganze zu machen, hatte aber das instinktive Bedürfnis, auf die Stimme seinem Kopf zu antworten. Lass mich in Ruhe. In Ruhe. Rah, diese Schmerzen. Das ist, glaube ich... Oh, wichtiges... Nee, das ist Tagebuch-Eintrag. Ja. Dein Befehl. Es soll geschehen. Quicksave mal machen. Nur weil wir die Goblins ziemlich gut weggehauen haben. Also da ist die Mühlenruine. Heißt das nicht, dass es hier nicht noch was anderes ist? Lauern könnte. Ja, vorwärts. Sag weiter. Hier ist ein Turm. Könnte ein alter Wachturm sein. Ja, toll. Und hinter dem Turm ist mal wieder ein Höhleneingang. Das finde ich jetzt eigentlich nicht gut, dass der Goblin auf meinen Magier schießt. Ja? Ich werde... Das macht mir nichts aus. Wie kann ich helfen? Euer Leben ist verwehrt! Natürlich! Okay. Dein Befehl? Ja? Ist etwas nicht in Ordnung? Dann kannst du jetzt mal anfangen, das Volk einzusacken. Ja, einverstanden. Ja. Okay, dass wir die Goblins übersehen haben, ist ja fast schon etwas peinlich. So. Sag, was du von einverstanden hast. Das ist die Alle-Auswählen-Taste. Details. Oh, das ist auch praktisch. Damit können wir das dauerhaft einblenden, sehen, wenn wir es wollten. Und hier können wir die KI der Gruppe an- und ausschalten. Also, dass sie... Normalerweise könnten wir Gruppe neu formieren. Wir könnten... Ja, Mitglieder entfernen. Das bringt allerdings nicht viel. Äh, Charakterinformationen anpassen. Genau. Das Skript nämlich. Wir haben sogar eine Biografie. Your history is nearly unknown as your future. Abbrechen. Ja. Skript. Könnten wir sagen, was er tun soll? Also, ob er Standardangriff... Die Spielvorgabe verteidigt sich, wenn sie angegriffen wird, oder Feinde sieht. Passiv. Der Charakter stürzt sich nicht in den Kampf. Falls ihn er entfernt eingreift, verteidigt er sich und setzt dabei vorzugsweise Fernkampfwaffen ein, statt sich in Nährkämpfe verwickeln zu lassen. Mhm. Fernkampf. Abstand zum Gegner halten. Barde kontrolliert. Ja, dadurch sinkt der Barde seinen Schlechter, sagen wir, wenn er nichts zu tun hat. Vorsicht. Die Spielfigur flieht. Kleriker. Kleriker aggressiv. Also, man kann hier KI-Einstellungen machen. Individuell Default. Nee, wir bleiben bei... Dingster, Boomster. Ja. So, gucken wir mal hier rein. Äh, hallo... Hallo... Gerek. Wie kann ich helfen? Ein Ogre, der uns nicht den Kopf einschlagen will. Meiter! Me will smash your face! Das hoffe ich mal nicht. Kopftum weh? Warum machen ihr Gerek Kopf weht, eure Leute? Euer Kopf? Ich mache nichts, damit euer Kopf wehtut. Was ist mit eurem Kopf? Dasselbe hatte der Goblin-Marschall draußen. Wir verursachen euch Kopfschmerzen, weil ihr ein großer Dummkopf seid. Haha. Sieht aus, als sei... Sei ich zur falschen Zeit gekommen. Lebt wohl. Euer Kopf? Ich mache nichts, damit euer Kopf wehtut. Warum tun es dann weh? Warum? Warum? Oh, Gerek wollen Kopf durch Wand schlagen, damit Schmerzen weggehen. Wir sind in einem Turm an Kulder Harpasser im Ogre begegnet. Er hieß Gerek und nimmt dann fürchterlichen Kopfschmerzen. Er sagte, er würde am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um den Schmerz zu vertreiben. Wisst ihr, Gerek, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Was ist mit eurem Kopf, Gerek? Ich halte das für eine ausgezeichnete Idee, Gerek. Wenn ihr euren Kopf so fest gegen die Wand schlagt, gehen die Schmerzen bestimmt weg. Das ist ein altes Rezept der Regedimber-Bahn. Versucht es und ihr werdet sehen. Seid nicht dumm. Euer Kopf wird sich nicht besser anfühlen, wenn ihr gegen die Wand schlagt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Hm. Vielleicht ihr recht. Vielleicht nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, das ist auch wieder wahrscheinlich ein Ogre mit Kopfschmerzen. Wir sind in einem Turm am Kulder Harpasser im Ogre begegnet. Er heißt Gerek und nimmt dann fürchterlichen Kopfschmerzen. Er sagt, er würde am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um den Schmerz zu vertreiben. Mhm. Auch wieder hier immer noch Kopfweh. Ich glaube, ich lasse euch alleine, Gerek. Lebt wohl. Gut. Irgendwie werden wir ihm ja helfen können. Sobald wir den Ausgang finden. Einverstanden. Der ist hier. Vorwärts. Gut. Gut, dann heißt das noch in die Höhle gehen. Mal gucken, was da ist. Oh. Wir haben Goblinhausen gefunden. Goblin, 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 Goblin. Wie kann ich... Sehr gerne. Ich höre. Was? Ich werde dich töten. Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist, werde Zeugen wahrer Macht. Hier sind aber fahrt. Dampf hier im Probeschütz. Welten die Gatter mich schützen? Sag, was du von mir willst. Bereit zu neuen Taten? Werde Zeugen wahrer Macht. Wie kann ich helfen? Werde Zeugen wahrer Macht. Hey, Level ab. Noch ein Level ab? Dein Befehl? Gewiss. Also ja, wir haben gerade Goblins. Und das hier ist gar keine Höhle, hä? Ja.